Kennen Sie das Schremser Hochmoor oder den Naturpark Blockheide im Waldviertel? Mit dem Gästehaus Sport und Freizeit in Hoheneich haben Sie einen idealen Ausgangspunkt, um diese Naturdenkmäler ausgiebig zu erkunden. Das familiär geführte Hotel-Restaurant verfügt über elf gemütliche Komfortzimmer, in denen Sie sich garantiert wohlfühlen werden. Sportbegeisterte kommen bei Tennis oder am nahegelegenen Badeteich voll auf Ihre Kosten. Um Sie wieder fit für die Urlaubs- und Freizeitaktivitäten am nächsten Tag zu machen, empfiehlt sich ein relaxender Besuch im hauseigenen Wellnessbereich. Wer gerne auf lukulische Entdeckungsreise geht, der wird dem Restaurant der Pension mit Sicherheit fündig. Die Speisekarte wartet unter anderem mit Original-Waldviertler-Spezialitäten wie Mondzelten sowie kulinarischen Themenwochen auf. Das Gästehaus Sport und Freizeit. Einchecken, Wohlfühlen, Genießen. Mehr auf www.wellness-sport-pension.at